Dann geht's gleich los, dann würde ich sagen, Chris Cosmo spielt nochmal für euch! Herzlich Willkommen hier in Stockholm! Musik für die Bewegung Leute sing mal hier! Oh oh oh, Musik für die Bewegung Oh oh oh, Musik für die Bewegung Oh oh oh, Musik für die Bewegung Wir kommen hier zusammen Um uns zu erinnern, wer wir waren Um uns dann neu zu erschaffen und zu erfahren Und Freiheit brennt wie Fieber Wer die tanzt, den Ärgern nieder Die Erde hat uns wieder und der Himmel ist nah Das ist Musik für die Bewegung Musik für die Bewegung Musik für die Bewegung Musik für die Bewegung Das ist Musik für die Bewegung Das ist Musik für die Bewegung Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Mach mal ein bisschen Lärm. Mach mal viel Lärm. Jeder ist heute alleine da. Wir sind doch alle zusammen da. Mach mal alle eine Hand vor und wir machen eine schöne Welle, okay? Ihr geht bei euch da drüben los, dann geht die Welle hier rüber, okay? 1, 2, 3, 4, go! Cool! Und zurück! Schnell eine Welle! Und zurück! Eine Welle in Zeit, Luffy, okay? Achtung, ganz langsam! 1, 2, 3, 4! Oh, okay, okay! Mach immer die Hände vor, komm schon! Und warmt euch mal ein bisschen rein! Lass mal alle ein bisschen springen, dass uns warm wird, okay? Mach doch! Lass uns los! 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 Lieber, ich habe etwas zum按 separates normale Ich bin bewusst, ich bin bewusst Ich bin Pastor Rodman Ich bin bewusst, ich bin bewusst Ich bin 내가 퍼 Huber Ja, dann können wir gleich weitermachen mit der Bewegung, nochmal hüpfen und wer nicht hüpft, ist der Arbeitgeber, hey, hey, wer nicht hüpft, ist der Arbeitgeber, hey, hey, wer nicht hüpft, ist der Arbeitgeber, hey, hey, schön euch zu sehen oder wie heißt sie auch vom Transparent, beste Aussichten, wunderbar, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in Stuttgart! So, und die Jugend hat vorhin, das werden wir jetzt mal ausprobiert, die Jugend hat vorhin gerufen, wir sind keine Angestellten, wir sind Superhelden und das jetzt mit allen, damit man hier im Finanzministerium weiß, the land is here, we are the land. Wir sind keine Angestellten, wir sind Superhelden! Heute streiken die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der, der, und was wollen die Beschäftigten mehr, 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 und die Arbeitgeber bieten, und die Arbeitgeber bieten. So, und jetzt von Herrn Kretschmann und dem Finanzminister ganz laut und deutlich auf Hochdeutsch, na du Schwäbisch. Ja! Gebt mir ein A! Gebt mir ein T! T! Gebt mir ein A! R! Gebt mir ein E! T! Gebt mir ein I! I! Gebt mir ein K! K! Und was heißt das? Drei! Was heißt das? Drei! Was heißt das? Heute streiken die Beschäftigten der, Länder! Wir sind keine Angestellten, wir sind Superhelden! Wir wollen mehr! Drei! Danke! Drei! Schön, dass ihr da seid, ich denke, wir zeigen nochmal klar und deutlich, wir sind hier, wir sind laut, weil die uns die Kohle klauen. Wir wollen mehr Geld! Fünf Prozent! Das ist unsere Forderung und aus diesem Grund sind wir da. Und wir könnten jetzt auch singen, we are the land! We are the Elend! Aber, wie heißt es auf einem Plakat? Der Elend, matt und jung. Aber wir sagen, wir sind nicht matt und jung, sondern wir sind jung und kämpferisch, wir sind alt und kämpferisch. Und wir können alles auch streiken! Schön, dass ihr da seid und an der Stelle herzlich willkommen nochmal aus dem öffentlichen Dienst. Und ich darf ganz besonders begrüßen die Kolleginnen von H&M, die heute gemeinsam mit uns hier auf dem Platz sind und für einen Digitalisierungstarifvertrag streiken. Ein besonderer Gruß gilt den Kolleginnen und Kollegen des ASB, die heute im Rahmen des Partizipationskreises hier sind. Und ganz besonders freut es mich, ihr habt es ja sicherlich schon gesehen, und die Vorträger unter uns. Herzlich willkommen die Berufsfeuerwehr Stuttgart! Und herzlich willkommen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk Südmürttemberg, aus Heilbronnegger Franken und natürlich aus Stuttgart Karlsruhe. Herzlich willkommen von der Uni Stuttgart, Uni Hohenheim, ZFB Weinsberg, ZFB Innenden, ZFB Zwiefalden, aus der Wilhelma, vom Staatstheater und die Restauratorinnen und Restaurators der Stadtsgalerie. Und von der Münze, überall schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir hier gemeinsam in Stuttgart sind und auf Schwäbisch heißt es ja, wer lese kann, ist klar im Vorteil. Meine Brille rutscht und deswegen habe ich jemanden vergessen. Und wir begrüßen nochmal besonders die Kolleginnen und Kollegen von ESPRI! Danke für den Hinweis! Ja, vor der Trittverhandlungsrunde unsere große Kundgebung hier im Bezirk Stuttgart und wir freuen uns, dass Kolleginnen und Kollegen von außerhalb gekommen sind. Und jetzt probieren wir mal was, weil wir sind ja keine Angestellten. Wir sind Superhelden, man kann es auch Schwäbisch formulieren. Wo wir sind, ist vorne und wo andere sind, ist ganz weit hinter. Wir haben es nicht trainiert, wir haben nur auf Buchstabe bedruckt. THE CASH! Weil im Ländlich spricht man ja jetzt Schwänglich, eine Mischung auf Schwäbisch und Englisch. THE LAND! Und jetzt sagen wir mal, die Beschäftigten von THE LAND wollen mehr! THE CASH! Ich könnte dir die Buchstabe da dabei, also es ist... Wir haben uns überlegt, so betrieblicher Gesundheitsschutz heißt Bewegung. Also nochmal. THE Beschäftigten von THE LAND wollen DE! THE CASH! THE Beschäftigten von THE LAND wollen DE! THE CASH! Wollen DE! CASH! THE CASH! THE CASH! 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 CASH!